Und damit hallo und herzlich willkommen meine lieben Damen und Herren zu einer weiteren Runde Let's Play TTT. Heute mit dabei ganz viele tolle Leute, nämlich Carol Stark, Onkel, Onkel, hallo und Panedovia, Eirange, Carol hat man schon, Hagrid, Devil, Losnach, Stepp, Hopi und Eri. Hallo. Hallo. Ich laufe dreimal diese Leiter hoch und falle auf der Asus wieder runter. Nee, steh vor. So, mach doch mal. Ich schreibe irgendwie mein Leben. Hab ich gemacht. Ja, nice. Oh, schönen guten Tag, ich bin Survivalist. Nice. Damit bin ich proven. Genau, der Hagrid, das ist ein Survivalist. Survivalist. Pandovia ist tot. Das passiert. Oh nein, ich kann mit Pandovia. Oh mein Gott, Pandovia ist tot. Vielleicht bin ich ja auch rau. Oh, oh. Klomotchen. Ich hab das Gefühl, dass ich gleich sterbe. Oh, wie erleben sie noch? Geht's ihnen gut? So, der Ando ist wieder da. Schönen guten Tag. Ich hab die falsche Macht. Nein. Ja, du. Oh, Pandovia, weißt du jetzt ein Smiley mit der Crow bei der Wand, wenn sie mit sind? Oh nein, oh, Thomas. Oh, da kommen wir näher. Nee, doch nicht. Wer war das, was da drüben? Äh, das ist der Yacht. Okay. Okay. Aua. Magnus. Daffin. Magnus, lebst du noch? Magnus. Oh. Schafft Carol den Sprung oder nicht? Denke nicht. Ich versuch's gar nicht erst. Danke an die Person, die mich gerade angesnipert hat. Ich suche nur jemanden. Ja, die muss ein schlechter Sniper sein. Echt so, ne? Das Schiri. Also, ich dachte, jetzt macht die auch Schiri, dann wird sie bei Eifi. Liebe Grüße an dich, falls du die Folge schaut. Wenn ich extra sage. Eifoss stinkt. Ja. Folgentitel? Eifoss stinkt? Der kommt auf jeden Fall. Äh, ich meine, als ob ich sie riecht. Aber eigentlich musst du nur Glass beleidigen. Glass? Glass? Ich glaube, das ist das schlechteste Charakter in, ich glaube, Minecraft war das. Aha. Ah, 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 ah. Ja, es war der nicht aus. Haha. Ja, war er. Irgendwas ist da gerade runtergefallen. Ich glaube, aus Counter-Strike war der. Ich glaube, aus Counter-Strike war der. Hä, ich dachte hier aus, äh... Ich dachte, der ist aus Harry Potter. Ich dachte, Cisco. Ich bin auf wen, durch den Nichts. Äh, auf mich nicht. Ich habe gerade tatsächlich die Random-Bus. Ich habe da jemanden reingehen sehen, von dem ich weiß, das will ich nicht haben hier. Aber offenbar... Sag einfach nach. Meintest du, die Person willst du nicht haben? Naja, Dale ist tot. Hallo, Erich. Was belastend, Frigo ist gerade runtergefallen. Ja, hast du ihn geschubst? Nein. Ich habe ihn geschubst. Na, wer steht denn da oben? Ich bin gerade erst angekommen. Ey, nicht mal mit Slow-Motion! Der lebt ja alles eigentlich noch. Okay, dann machen wir es jetzt anders. Also, ich weiß, dass Erich und Josh noch leben und Chiri anscheinend nicht. Ja, ich... Also, ich bin... Da unten ist Josh. Solange mir... Solange mir mein... Ich kann noch nicht sagen Kollege, aber solange mein Arbeitgeber nicht sagt... Habe ich doch gerade gesagt, ich... Ich darf mich schießen. Kannst du noch nicht sagen, Kollege. Hallo, Josh, hallo, Josh, hallo, Josh, hallo, Josh, hallo, Josh, hallo, Josh. Hagrid, hast du mal Belast? Hallo, Josh, hallo, Josh, hallo, Josh, hallo, Josh. Eins auf! Ich dachte, Hagrid wäre Tee. Wunderschön, Josh. Oh, Josh, war Traitor. Habe ich doch richtig eingeschätzt. Belast du. Wenn er jetzt wiederkommt. Na, wieder. Jemand muss hier noch böses sein. Also, Eri oder... Kommt schon. Eri oder Kara. Ihr könnt euch machen, weil ich bin Grooven. Ich bin eh gleich tot. Ich habe Josh getötet. Ich bin eh gleich getötet. Was ist mit Friggo? Oder ist er? Der ist doch tot. Ja, ja, Friggo ist tot. Da war keine Fake-Leiche. Wenn Friggo noch lebt, sieht man ja. Der war nice. Warte mal. Der war nicht nice. Aaron? Nö. Einfach... Du kriegst mich eh mit einem Schlag. Da wehrt man sich halt einfach nicht, weil du mit einem Schlag wirst. Okay, Aaron. Also, Magnus, deine letzte Runde hat man vergessen aus der letzten Folge. Meine erste aus der jetzigen Vergessenheit. Ja, okay. Wie waren sie beieinander gestanden, als ich Magnus getötet habe? Nein, also, ich habe schon aufgenommen und auch... Dann war es ja nicht klar, dass ich Survivalist bin. Ja, ich verstehe. Warum? Wenn Magnus davon geredet hat, so, oh, ich bin Survivalist. Das habe ich nicht mitbekommen, weil ich dachte, du wärst C, weil ich war der Spy. Deswegen dachte ich mir so, jo, ich kann die Köln hilfen. Wie kann man mich denn bitte sehr überhören? Ich dachte dann tatsächlich, dass Friggo sein Bodyguard opfert und einfach trotzdem... Ich hatte kein Bodyguard. Ja, weißt du aber... Ja, weißt du aber... Friggo, ich fand dein Bodyguard am Anfang an vorliegen. Ich habe mir nicht angezeigt, dass ich den Bodyguard habe. Doch am Anfang. Nee, nee. Du musst bei TAP eingemeistern. Friggo, Friggo, deswegen habe ich dich die ganze Zeit gefragt, ja, wer ist denn der Backpack? Au. Au. Ja, deshalb wusste ich nicht. Au. 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 Ach, wer ist denn da gelandet? Sie ist da links runtergefallen. Der Konkelonkel. Ja, der Konkelonkel. Ihr habt doch gar nichts getan. Hört auf Menschen. Hört auf Menschen. Hört auf Menschen. Warum machst du sowas? Das tat weh. Ihr habt doch gar nichts getan. Magnus, das tat weh. Ihr habt doch gar nichts getan. Was ist das denn? Ihr habt doch gar nichts getan, Yoshi. Hallo, wie kann man diese Fortnite-Teile anders machen? Äh, F2. Was? F2. Alt F4. Genau, Alt F4. Magnus, du bist ein Assi. Ich bin kein Assi, ich bin ein Assi. Ich dachte, wir wären befreundet. Ja, oder cool. Wir sind doch befreundet. Freunde necken sich auch ab und zu mal ein bisschen. Nein. Ich seh das. Ich schieße auf Fortnite, weil ich will Fortnite nicht sehen. Ich schieße auf Fortnite, weil ich will Fortnite nicht sehen. Ah, geil. Dann knuddel ich den nicht. Wo ist Fortnite? Ich hab so Angst vor dir. Oh, ich will auch so rupfen. Ihr tötet Fortnite. Nein. Nein, wir tötet ihn. Fortnite ist low, Fortnite ist low. Ja, das ist doch super. Das seh ich eindeutig anders. Fortnite ist doch froh. Das ist mein Lieblingsspiel, das kann ich wenig. Wer hat das gesagt? Nein, nein, nein. Nein, nein. Aua. Wurde irgendwie angeanimiert. Nein, Shirizun gefallen. Was? Angeanimiert. Aber ich dachte eigentlich auch... Angeanimiert. Wenn ich kurz mal kurz... Das war auch bestimmt ne Fake, Shirizun. Ey, machst du weiter? Shirizun würde niemals sagen, dass sie Fortnite mag. Und vor allem nicht als liebstes Spiel. Sie mag doch Guild Wars viel mehr. Das ist das. Was? Was? Fortnite ist das geilste Spiel. Jetzt gleich kommt Shirizun noch und sagt, sie macht kein Mathe. Dann ist aber hier Ende. Was ist denn hier überhaupt? Dann gibt's wirklich Stress. Dann gibt's wirklich Stress. Dann gibt's Stress. Ich hab keine Money mehr. Hast du noch Money, Frego? Was? Wo seid ihr denn bitte? Hast du noch Money? Du schießt gar nicht mehr auf Fortnite, Kleiner. Ich bin nicht an der Uni. Ich bin nicht an der Uni. Äh, ne auf Fortnite schieß ich gerade. Doch, doch auf Fortnite. Ich bin nicht an der Uni. Kannst du endlich mal töten? Ja, ich... Ja, ich suche ihn ja eigentlich gerade. Mit ner Schrotflinte ist das halt nur so einfach, wenn ihr ihn verlegt. Frigo, wo bist du eigentlich? Ich bin die ganze Zeit hier oben. Frigo, lass das doch. Bitte nicht auf mich schießen. Das ist sehr lieb. Nein, nein. Dann gehören. Ich bin noch am besten. Oh. Was findest du am besten? Da ist ein Gronkh gestorben. Tee, tee, tee ist am besten. Tee, tee, tee. Tee, tee, tee. Tee, tee, tee. Ganz viel Tee. Aber ich wollte gerade sagen, auch einfach nur, weil du dabei immer sehr viel Tee trinkst und ich falle und ich bin tot. Hallo. Ja und dann bin ich gechillt und töte Yoshi. Ey, Magnus, weiß... Magnus, weiß was so richtig ärgerlich wäre? Ja für die ganzen Leiter. Wenn du nochmal das... Ja. Und mich dann auch noch bewege. Aber ich halte jetzt einfach mal meine Fingerchen von der Tastatur weg. Vielleicht erschieß ich dich sofort. Und du dann nochmal fahrst. Das find ich aber... Das find ich aber nicht nett. Gronkh töten. Nice. Nein, dann muss doch Gronkh töten. Was hat Gaby damals auch gesagt? Gronkh macht doch gute Videos. Die Weltherrschaft. Eierange. Aha, Yoshi, du wolltest mich also töten. Wenn ich wieder spawne. Nein. Das ist ja eine Frechheit. Karte, ich muss davon sagen, die meisten sprechen das einfach falsch aus. Weil eigentlich ist es die Eye-Range. Die Eye-Range. Die Eye-Range. Die Eye-Range. Das ist ein ganz schneller Josh. Ha? Das ist ein ganz schneller Josh. Ich darf jetzt nicht vergessen, dass ich kein Freeraller bin. Es gibt glaube ich einen Jekyll in der Runde. Aber ich bin mir da nicht... Nein! Wurdest du angeschossen? Geh doch. Ich dachte, du warst bei der Pinkelpause. Nein! Dann war sie nicht. Warum bist du nicht während der Pinkelpause gegangen? Ja, weil ich... Da musste ich noch nicht. Du musst immer während der Kräuter gehen. Das ist doch die Opportunity. Und jetzt gleich. Immer diese Klosterblasen. Ich bin tot. Also ich bin noch nicht tot, aber ich bin in deine Bärenfalle reingerannt. In deine Ego. Genau. Wir nehmen die mal live raus. Die werden immer live gestreamt. Ich falle jetzt sogar noch durch die Bärenfalle runter oder was? Nein. Zum Glück nicht. Lebst du noch? Lebst du noch? Nein. Und er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Er ist tot. Er ist an der Bärenfalle gestorben. Nein! Nein! Ich hab' euch runtergebrochen. Oh nein! Ich wollte doch mit dir Tee trinken. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das ist... Ist Tee trinken ein Synonym für... Cola? Tee sein? Ja, ich glaub auch. Ich hasse Cola. Okay. Das ist kein Synonym. Warum will ich den nochmal anklicken? Bitte zugrechen. Ui, das ist ein Spui. Er war ein guter... Er war ein guter... Ein guter Krieger. Er war ein guter Spui. Spui, Spui. Oh Gott, hier sind so viele Leichen. Also... Dalo? 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 Dalo, du bist gut, oder? Ja. Irgendwo oben ist auf jeden Fall ein... Okay. Ein Tee. Ein Tee? Ah, verdammte Scheiße! Ich sag was... Friss. Ach, komm, hier kommen wir nicht raus! Ich glaube, Schiri war nicht gut. Darfst du das gerade? Ja. Schiri ist nicht... Schiri, Alter! Wer ist denn jetzt, Jekyll? Nein. Ich hasse euch. Ich hab mich erschreckt und erst mal panisch nach unten denkst. Fuck! Hallo Josh! Hallo. Fimo läuft über uns. Ich glaub, der ist auf Bösem. Ja, wenn nicht. Okay, dann schieß ich jetzt auf dich. Warte, bevor du das machst, muss ich ganz kurz einmal... Lass mich ganz kurz. Tschüss. Fick dich. Oh Gott! Oh Gott! Hallo! Irgendwas stimmt hier nicht. Was denn? Gibt keinen neuen Jekyll? Das ist ja sad. Bist du neuer Jekyll? Nein! Du bist der erste, den ich die ganze Runde gesehen habe. Ich bin survivalist. Ah, verdammt! Ich auch! Ja, ja! Ich auch! Nein! Nein! Doch, bin ich! Ich glaub, Daylo ist gestorben. Nee. Wenn ich kenne, ist das ein Unidentified Body. Aber warum macht er das? Oh, spaßig mit euch Jungs. Ja, Frigo ist halt böse an. Ja, das ist nur Frigo ist. Hey, 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 hey! Passt schon. Anna, nein! Rauskommen! Rauskommen! Und dann rechtsrum! 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 Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Wer ist da Frigo? Dennis vom Ventilator. Teufel! Hä? Von wo? West? Nein! Ah, scheiße, man. Gut, scheiße. So! Cameron hat den Sidekick-Schuss verschossen. Da standen zwei Leute direkt nebeneinander. Ich dachte, einen werde ich schon treffen. Das ging genau zwischen den Köpfen. Hab ich, hab ich gesät. Heiß. Hä? Okay, Kong, was willst du von mir, hä? Hast nix? Was denn? Stress? Willst du Stress mit mir? Ich glaub, der Junge hat irgendwelche Probleme. Hör mal, ich schick dir jetzt erstmal meine ganze Community auf den Hals, du! Ich bin ein Raub! Ich bin ein Raub! Ich bin ein Raub! Ich bin ein Raub! Du bist meine Community! Du bist mein linkes Ei, du! Oh, warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Kann ich hier... Ach, das... Das Ei in Dailo steht für Ei! Sogar wirklich! Ah, okay, das wusste ich nicht. Ei in Dailo steht für Ei, okay! Ei! Etta, what the fuck? Was hab ich verpasst? Was? Ich dachte... Basically, alles. Und da krieg ich natürlich erstmal random damage, das hat bestimmt der Dailo! Nein! Der ist Stress hier! Es war aber, der Oligard von Dailo! Da! Der Oligard war das! Ach, komm schon! You know what? Fuck off! Doch, nö! Okay! Immerhin in der Tiege! Aber ich hasse das! Ach so! Ich hasse es! Warte! Ich will dich nicht beschützen, Dailo! Ach nee! Komm rein, Dailo! Es nervt echt zu haben! Ich hab' nicht mal ne vernünftige Waffe! Oh Mann! Dass du über mich rüberkriegst! Weil du durch wolltest! Ich hab' nur! Jaap, 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 jaap! Okay. Okay... Okay. Okay, okay, okay... ...Ihm, wieder nach unten, ist okay. Ich hab keinen Schuss auf dich gesehen. Hallo, Devil... Was ist das? Was ist das? Sie hat doch auf mich geschossen, und ich so fasst so... Ich seh doch mal durch. Besch! Das Problem ist, ich kann das nicht wirklich konfirm. weil alles hier, äh, von mir, äh, verschossen ist. Nein, ich verstehe. Hör auf! Nein, du wirst mich dücken. Ich verstehe jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht diese Diskussion hier mit Frigo und sowas. So standest du auch, ne? Was hat Frigo denn jetzt erzählt? So stand es auch so, ne? Aber das hat er vielleicht auch. War das denn? Also wenn ich jetzt mal kurz eins und eins zusammenziele, dann habe ich mir gerade ziemlich viel Damage reingezogen, weil ich einfach noch mal von der Leiter gefallen bin. Oh, Leute, mein Fuß ist eingeschlafen, das ist nicht gut. Oh, das tut das... Oh, ich habe nicht das Gefühl, wenn der Fuß einschläft und man gar nichts mehr fühlt. Ich bin tot. Oh, macht mal net, Dig. Ich kann mich nicht konzentrieren, der Hengren bitte nicht töten. Mein Fuß ist eingeschlafen, ich bin nicht so viel mehr hier gerade. Nein, ich kann die Waffe ja nicht wechseln. Ach, scheiße. Oh, das ist aber bitter. Oh, tut das noch mal schön. Das ist mir auch passiert eben. Das ist ja wirklich... Oh, tut das gut. Fühlst du das, Molly? Fühlst du die Durchblutung in meinem Bein, die wiederkommt? Ich will auf die Schieße. Oh, nicht schön. Und da ist es wieder taub. Oh Gott, was ist denn jetzt? Ich bin ja mal voll getroffen. Ich will hinten wo der Leiter rumliegen. Wie kann man das? Hä, wie kann man das? Gerade gar nicht. Das ist ein Event, du kannst gerade die Waffe nicht wechseln. Mann, du kannst ja gerade die Waffe nicht wechseln. Frigo hat keine Leiter gehabt auf der Seite und ist einfach runtergelaufen. Oh, nee. Oh Gott. Oh, der Rollerbein-Launcher. Er ist leer. Surprise. Nein, da ist es. Zur Prise, Max. Halt mich doch nicht an. Ja, irgendwas mit einer Prise. Eine Prise Salz bei Frigo vielleicht gerade. Warum greifst du mich denn einfach an? Moment. Scheiß Map, sag ich doch. Wer mag denn schon die Map? Ich nicht. Nein. Wieder hoch. Ich häng fest. Ich höre Tschüssis. Tschüssi. Ich geh wieder rein. Tschüssis. Auch süß. Die süßen Tschüssis. Was für Tschüssis hörst du denn so? Eine ganz böse. Aui. Ich glaube, die waren auf mich geholfen. Aui, baui. Aui, baui. Aui, baui. Oui. Oh nein. Die war ja, oh, die war ja lieb. Die war ja ein lieber Spy. Ein Spion. Also, was machen? Wer ist lieb und wer ist böse? Bin ich lieb? Seid ihr böse? Ich bin nicht böse. Oder bin ich doch einfach nur ein Typ, der gerne Käse mag? Au. Ich glaube, letzter ist das richtig. Nein, Hilfe. Können Sie auch? Pass auf, Magnus, Josch. Da waren schon wieder Schüssis. Nein. Das ist zu Fick. Ich hinterfrag's nicht. Ah, er lebt noch, Josch, lebt noch. Was war halt hinter... Ich hätt's fast noch geschafft, weil die so die Leiter aufgesammt ist. Ich war noch nie so confident, dass da eine Leiter ist. Noch nie. Soll ich mach' mal noch eine Runde? Äh, ja. Fällt grad so. Ja, ja. Und jetzt... Wurde die Leiter unter den Füßen weggerissen. Die nicht da war. Da, äh, da, 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 da hat grad jemand einen ganz guten Einbau, äh, Einbau, ne? Du wolltest auch die Tees eigentlich machen, glaub ich. Du, wer war das? Du, wer war das? Hallo, Carol. Darf ich denn jetzt mal bitte kurz gucken, was ich denn werden will? Das will ich werden, danke. Okay, okay, das darfst du werden. Ja, wenn sich da irgendjemand... Oh nein, nicht schon wieder ein Hallo. Wo war das? Hallo. Irgendwo hin? Dahin. Ja, oder? Da oben. Über euch, Carol, über euch. Oben am Haus, im Endeffekt. Oh. Okay. Du bist wieder ganz oben. Nein, nicht ganz oben. Ich versuch die Leiche runterzuschießen. Oh, nicht ganz oben wieder ganz oben. Äh, das ist ne Leiche. Ja, die ist gerade an der Hello-Explosion. Dann ist die Regen nicht ganz oben. Da ist Josh. Wenn die Dino sich vielleicht selbst überlaufen. Ey, Eri, komm mal. Jetzt mach ich mit Sexy Nose go, wenn ich hier runterspringe, warte. Oha. Du warst... Josh war dem Töten. Ja, genau. Äh, 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 war ja nicht erkennt. Wann? Der hat schon... Ey, Eri. Explosion. Äh, Claire Boyens... Also, warum muss ich, äh, die Dings... Das Hallo... Oh, ja, ja. Den Mindturtle. Ah, ey, Eri! I like Turtles. Uh, Guttchen. Ah, Eri. Aber Eri ist doch Dete. Ja, das hatten wir heute auch schon dran gemacht. Du, hey, warte. Entschuldigung, Gronkeloch. Mach ein krasser Experiment. Ja, ich bitte nicht. Mit deiner AWP. Tobi, du musst dir da was besseres einfallen lassen. Muss mich halt besser besser sein, damit ich bessere Drogues mach. Ja, okay. Hier kriegst du ein bisschen, äh, Zensierung. Mehr kann ich nicht zahlen. Pleite. YouTube läuft nicht mehr so. Ja. Verstehe ich. Subt auf Twitch. Äh, hallo. Hab ganz wahrscheinlich sucked auf Twitch. Schiri! Das auch. Okay, das war ein Schiri. Mach das bitte auch. Ein Schiri? Ich, ich dachte, ich dachte, Schiri wäre eher eine Schiri. Ja genau, sub bei Schiri auf Twitch. Das auch. Mach das mal bitte. Ja, dann kann ich mich ganz viel leisten. Tutorials. Machst du nicht? Und vielleicht kann sich Schiri dann zu viel Geld... Fricko, oder könnte ich denn ran fragen? Vielleicht hat Schiri dann am Ende so viel Geld, dass sie mir Guild Wars kaufen kann. Komm schon! Ja! Ich bin Priest. Du möchtest es nicht selber machen. Du bist Freeze? Nee, ich meine von der... Freeze? Freeze, Freeze? Er hat auf mich geschossen. Warte. Tobi? Nein! Tobi! Hau, Schiri! Bloß aber nicht nett. Sie war böse! Der Topi. Hab ich noch auf dem Fall Finishing First? Ockel, Ockel, was soll das? Ich schieß doch nicht auf dich! Ich schieß dir! Oh Mann! So, das war ein No-Scope. Eri! Noch ein No-Scope, komm! Hab ich dich Finishing First getroffen? Nein, ich bin nicht hier oben! Ich bin nicht hier! Ich bin weg! Tschüss! Na, gehst du! Geh weg! Dann geh ich halt wieder! Tschüss! Geh weg! Tschüss! Boah ey! Brich mal! 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 Ah! Hahaha! Oh! 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 Also da kriegt ihr jetzt ein paar Zeitlupen reingedrückt, ne? Voll mit Spitz! Fünf! 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 Okay! Fünfmal mit Dubstep! Einmal die Nummer fünf mit Dubstep! Hey Anna! Get weg! Wieso denn? Ich hab mich doch schon selber halb umgebracht! Das will ich selber alleine besser hindern mit euch! Ja dann mach mal! Oh los! Wo ist sie? Wo ist sie? Ist sie jetzt wirklich gesprungen? Ich hoffe nicht! Ne, das halte ich jetzt für ne Lüge, ne? Okay, das war kein No-Scope! Wer ist eigentlich in dieser Runde nicht an Fallschaden gestorben? Ich? 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 Oh! 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 Oh, krall! Ganze eins, Leute sind sich falsch angestorben! Wow! Oh, wow! Ach so, ach, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung! Wir werden ein bisschen knuddeln und dann auf Wiedersehen! Tschüss! Tschüss! Tschüss!